Hallo Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu Kongas Bedford, ey, immer noch im Halloween-Gebiet. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das im letzten Part abschließen kann. Dem war es leider nicht und deswegen sitzen wir immer noch fest. Diese Zombie-Omis wollen einfach nicht sterben. Mann. Wie schießt aber auch, ey. Sagt dich schon, dass ich ungern sterben möchte? Alter, ekelig. Boah, das war ekelig. Okay. Waren das alle? Hier erstmal. Da ist noch eine. Hier ist wie irgendwie babyige Schreie. Oh Mann. Meinetwegen, komm ruhig her. Kannst du dir deine Portion auch hier abholen? Was? Gut. So, wo sind noch welche? Ich höre sie noch. Oder auch nicht? Ich will jetzt nicht auch nochmal sicher gehen, weil sonst... Ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Hier sind noch welche, okay, aber wo? Ich rieche sie nicht. Ach, da rieche ich sie, okay. Also ihr wisst, wissen, ich kann ja Zombies eigentlich riechen. Aber ich war nicht in meinem Geruchsfeld gerade. Deswegen ging das auch nicht. Ich fahr hier gleich runter. Warte, ihr habt? Konkula. Boah, Count Konkula. Natürlich. Hier dumm Zombies, Alter. Hör doch mal hier so rum zu... ...schreien. Davon werde ich dir auch nicht gesund. Ich muss kann nochmal die Lage checken. Häpp. Wo ist denn der Ort, wo ich rein muss? Da hinten, ne? Das heißt, ich muss jetzt einmal nur Gründe gehen, hier irgendwie rauskommen. Schlimm, wo sind die Ausgangsflüge da? Eigentlich. Oh, hier ganz rumgehen. Ist ja eklig. Okay, ich setze es, glaube ich, nochmal kurz in Safe State. Entschuldigung, aber die Szene ist kacke. Und? Das kommt natürlich gleich an, die Zombies, ne? Und möchte ungern den ganzen Shit nochmal machen. Wie gesagt, ich habe nur noch eine Energie und... Nö. Wäre ein bisschen ungünstig, wenn ich jetzt sterbe. Natürlich. Hier ist hier Zombie-Party oder was, ey. Ich habe euch doch getötet. Alter, das ist doch auch mal Knabberaktion. Ich bin doch richtig, oder? Ich bin ja doch richtig. Ich bin ja sowas von falsch. Ne, bin ich doch nicht. Ne, habe ich die nicht abgeschossen? Die habe ich nicht abgeschossen, stimmt. Oh, es gibt Sinn. Es ergibt Sinn. Verdammt. So, hier müsste ich aber eigentlich alle gekillt haben, ne? Jedenfalls so ein bisschen. Da in dem Gang nicht. Aber ich hoffe, ich werde jetzt nicht von 30.000 Zombies irgendwie umarmt. Das möchte ich nämlich nicht. Oh, scheiße. Ah! Die killen ich. Mein Leben soll noch nicht vorbei sein. Der kommt an. Aber er schafft es nicht. Weil er einfach zu langsam ist. Da hinten ist auch einer. So. Zack. Was öffnet sich dadurch? Ah, jetzt kommt die Leiter. Ach so. Okay. Gut. Das habe ich mir gemerkt. Hier laufe ich gegen. Das heißt, wir können jetzt endlich hier nach oben gehen, um uns hier den letzten Schlüssel zu holen. Und dafür werde ich mal wieder ein Safe-State setzen. Also es ist... Es tut mir ja wirklich leid, dass ich das mache. Ich will das ja eigentlich nicht. Safe-States, naja, sind schon okay, finde ich. Solange man sie nicht dauernd einsetzt. Bei Non-Country würde ich es vielleicht machen. Aber hier geht es ja noch. Aber das Problem ist einfach, dass mir diese Stelle hier sowas von hart auf den Piss geht. Und warum bin ich jetzt an der Leiter vorbeigelaufen? Dass ich einfach keinen Bock habe, hier ohne Safe-States durchzugehen. Da bin ich ganz ehrlich. Vor allen Dingen im Let's Play hier ist es ja ungünstig, wenn ich 1010 nochmal spielen muss. Energie. Wunderbar. Da ist der Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, gleich kann ich hier wie rüber springen. Ach du Scheiße, das ist ja eine Aktion hier. Da gehe ich mal hier runter, vorsichtig. Alter Schwede. Da will ich mir das Spiel nochmal einordentlich einen draufsetzen. Zack. So. Und auch der letzte Schlüssel wird jetzt zurückgebracht. Wollte wir hoffentlich wieder zurück können. Ah ja. Cool, wenn man den ersten Schlüssel erstmal gefunden hat, ist der Rest eigentlich ganz einfach. Ähm. Ach shit, ich weiß, was ich noch machen muss. Ich bin ein Trottel. Wann mal. Ach scheiße, jetzt kann ich nicht mehr. Och, leck mich. Ich kann ihn nicht mehr absetzen. Ähm. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Fallen lassen. Au. Ich hätte auch einfach mein Safe-State laden können. Wann mal, ich bin doch hier richtig, oder nicht? Ich kann doch einfach. Äh. Okay, ist okay, ist okay. Och, Spiel. Ach, Freunde, ich lad mal eben kurz mein Safe-State. So. Unnötige Laufwege gespart, nenne ich das mal. So, jetzt gehe ich gleich mal die Leiter hoch. Ich habe nämlich was vergetten. Was vergetten. Was vergetten. Was vergessen. Was eigentlich total simpel und dumm ist. Nämlich müsste hier irgendwo noch ein Scheiter sein. Wo ist mir dann auch noch ein Rätsel? Äh, wollt ihr mich verarschen? Hä, wo ist der Scheiter? Ah, shit. Hier muss irgendwo ein Scheiter sein, das weiß ich noch. Wann mal, ich kenne ja darüber. Ich versuche es mal da. Da ist so ein mehr oder weniger versteckter Gang. Da würde ich jetzt... Achso, ja, klar. Hier ist halt auch... Bücherregal öffnet sich nach oben, statt zur Seite. Weil sie es einfach cool finden, das so zu machen, die Entwickler. Rare. Rare ist cool. Oder war es jedenfalls. Seit den neuesten Vorfällen ja nicht mehr. Seitdem Rare ja irgendwie Kinect-Spiele macht mit Kinect-Boards und so. Und Kinect-Ware genannt werden soll. Och, Rare hat einfach verkackt. Sag ich jetzt mal so ganz ehrlich. Ich wünsche mir ja auch den Rückkehr von Rare zu Nintendo, aber das wird wohl nie mehr passieren. Gehe ich jetzt einfach mal von aus? Weil, ja. Rare fühlt sich da ja wohl. Nein, tun sie nicht. Also ein paar Entwickler sind ja auch zurückgegangen. Und da sind ausgestiegen. Und die sagen ja alle, wie scheiße Microsoft eigentlich ist. Okay, und deswegen, ne, ist halt so. So. Richtig. Richtig. Finally. Oh yeah, forgot about those guys. Yeah. Ich frag mich eins. Man muss jetzt mit diesem Viech nachdra... Du scheiße. Man muss jetzt mit diesem Typen raus. Oh, wow. Aber aus irgendeinem Grund... Gehe ich schon fast davon aus, dass man das eigentlich auch ohne machen könnte. So, ich versuch's jetzt einmal, vielleicht setzt sich auch ein Safe State, weil die Stelle war auch übelst kackenschwer, weil die auch draußen mal gestorben ist. Und wieder... Die Rücken, die Mucke beruhigt. Ich hab's geschafft. Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt müsste jetzt eigentlich zomberfrei sein. Gut. So. Zombie-Gebiet haben wir geschafft, ist das nicht? Wunderschön. Das hat mich aber grad irritiert. Wir haben ja gar kein Geld gekriegt. Aber ne, jetzt... Ach, durch... Ja klar, okay. Kein Geld, aber durch das Zombie-Gebiet haben wir jetzt was anderes gemacht. Ich weiß. Ich weiß genau, was... Wir können nämlich jetzt damit ins Wasser und kommen jetzt hier hoch. Dabei ist halt Strömung. Ohne sind... Wären wir dann nie reingekommen. Ohne das Fass hier. Ding, 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 ding. Glaub ich. Oder? Nee, weil die kam man... Kam man ja. Nee, kam man... Kam... Kam man nicht. Stimmt. Ich komme nämlich woanders raus. Ah, hier ist Geld. Money over here. Money over here. So, you want some great stuff. Wunderschön. Yeah. Cash-Preise. Cash-Preise. Ach genau, jetzt sind wir hier, wo wir was schon mal gesehen haben. Und hier ist der Steingolem der Tote. Jetzt können wir was weiteres cooles machen. Sind wir wieder hier. Wo wir schon lange nicht mehr waren. Die Vogelscheuche hier gibt es auch noch. Die aktiviere ich mal kurz. Hab' gerade Lust zu. Hops. Hops. Ah, komm mal, wenn ich das mache. Sehr, sehr viel. Du hast ja auch. Ich gehe jetzt in den Bett. Nee, nee. Nach dir. So, wir sind ja jetzt wieder hier, nicht wahr? Wir müssen jetzt einfach mal wieder hier hochgehen. Und wieder quasi ins Anfanggebiet. Und dann wird was Lustiges ausgelöst. Was sehr Lustiges. Da ist auch ein neues Gebiet, auf das ich mich sehr freue. Was ziemlich geil ist. Geil gemacht und auch sehr lustig. Weil wieder sehr viel Humor. Und natürlich wieder eine Parodie auf einen Film. Was sonst? Was sagt? Puff, 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 puff. So, und da rein. Puff, 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 puff. Ich weiß nicht. Wir müssen sie zurück, wo alle von ihnen kommen. Wir brauchen dich, Soldat. Ja. Ja, dich. Anruf, puff, puff, puff. Wir müssen dich. Ich erinnere mich, Soldat. Dein Land wird dir in die Hand. Dum, 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 dum. Ist sehr geil. Okay, Freunde, ich würde sagen, das machen wir aber wirklich erst im nächsten Part. Ich habe zwar noch eine Minute knapp. Aber es ist ein bisschen blöd. Äh, bitte? Badam. Badam. Ich glaube, in der Overworld können wir es ganz mehr machen. Wir kommen jetzt nämlich ins Kriegsgebiet, das sehr lange dauert. Wenn wir das geschafft haben, kommen wir tatsächlich schon ins letzte Gebiet. Ist das nicht unglaublich? Wie gesagt, das letzte Gebiet wird auch noch mal ein bisschen dauern. Ich tippe mal dann so mit knappen 30 Parts, ein bisschen mehr, wird das Let's Play dann auch schon vorbei sein. Auch nicht so ein langes Spiel. Ich weiß, ich habe es nicht so mit langen Spielen irgendwie auf meinem Kanal. Aber das Folgeprojektiv wird ein langes Spiel sein. Und deswegen wird es cool. So, da gehen wir gleich rein. Äh, habe ich keine genug Schokolade beisammen? Ja, habe ich. Joa, da oben ist, glaube ich, auch nichts mehr. Also wir müssen jetzt nur noch da reingehen. Hier ist Starredatorn, der uns weh tut. Und hier kommen wir da eben hin. Und ja, der war vorher eben zu. Ich springe hier schon mal rein. Machen wir uns bereit für den Krieg. Ich rüste meine Bratpfanne aus. Lassen Sie mich, würde ich sagen, ich mache heute mal ein bisschen früher Schluss. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Gebiet betreten. Ich mache das jetzt nicht, weil eben eine lange Cutscene noch kommt. Und ich will meine Aufnahme-Session beenden und so, ne? Bis da schon. Und dann im nächsten Part. Krieg! Also Freunde, bis zum nächsten Mal. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 2013. Ich weiß gar nicht, ob wir im Krieg noch Geld kriegen. Hm, ich glaube sogar nicht. Aber wir können da was machen. Also Freunde, bis zum nächsten Part. Ein bisschen Gameboy spielen und bis dann. Ciao. Wow. Erstmal gucken, was er... Oh, falscher Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.